Leute, Leute, wir müssen reden und zwar über den Monat April. Ich möchte euch im heutigen Depot-Update mal das ganze Desaster zeigen. Ich glaube, der März, nee, der Februar war bis jetzt mein bester Monat aller Zeiten. Also von den absoluten Zahlen, von der Rendite her. Und der April war tatsächlich der schlechteste Monat in den absoluten Zahlen. Wir gucken jetzt mal rein. Es gab natürlich viel Schatten, aber auch extrem viel Licht, auch was die Dividende betrifft. Da sieht es sehr gut aus. Wir gucken jetzt mal direkt rein. Lasst dem Video gerne einen Daumen noch um da und abonniert auch gerne den Kanal. Das ist hier absoluter Einsatz. Wir haben jetzt gerade den 30. abends um 10 Uhr. Gerade ist Champions League Halbfinale Real Madrid gegen Bayern. Aber ich nehme jetzt hier das Video für euch auf. Das hat Vorrang und wir gucken jetzt mal zusammen ins Depot rein. Das Depot, wie es aussieht, das habt ihr ja schon jetzt des Öfteren gesehen. Könnt ihr euch gerne nochmal anhalten. Wir gucken jetzt mal direkt rein in die Tops und Flops. Und da gab es diesmal viel Schatten, aber auch viel Licht. Wir gucken erstmal in den Schatten. So, ich bin mal jetzt hier auf die andere Seite gegangen. Die schlechtste Aktie im Depot war tatsächlich Intel. Ihr seht es hier über mir. Ihr seht es hier über mir. Minus 29,6 Prozent nur im aktuellen Monat. Der Monat lief so schon schlecht. Und dann kamen noch Quartalszahlen, die eigentlich super waren. Also die Quartalszahlen, die Ergebnisse waren eigentlich ganz gut. Aber der Ausblick war nicht gut. Und das hat die Aktie nochmal weiter in die Tiefe gerissen. Und hier ist aktuell ein Minus zu Buche im aktuellen Jahr sogar von minus 36 Prozent. Wenn man jetzt mal so ein bisschen rauszoomt, dann sieht das nicht ganz so dramatisch aus. Doch, eigentlich schon. Eigentlich sieht es sehr dramatisch aus. Ihr seht es hier. Das war damals mal so ein Sparplan auch von mir, der auch jetzt mittlerweile nicht mehr aufläuft. Aber die Dividende kommt rein. Muss mir die Aktie nochmal jetzt nochmal genauer anschauen. Ob das für mich nochmal interessant wäre, hier nochmal nachzukaufen. Für mich aber so im Moment so eine klassische Haltenposition. Ethereum und Bitcoin auch in diesem Monat. Krypto allgemein auch ein bisschen jetzt mal nach einer richtig starken, bombastischen Phase mal ein bisschen in der Erholung. Aber das ist 15 und 12 Prozent. Das ist für Krypto eine Tagesschwankung. Eine gute Tagesschwankung. Sagen wir mal eine Wochenschwankung. Und hier bin ich erstmal ruhig. Das Halving ist jetzt erstmal durch. Kommt erstmal ein bisschen Ruhe rein, glaube ich. Und wird auch natürlich ein bisschen mitgerissen vom gesamten Finanzmarkt. Ihr seht jetzt auch hier, fast alles ist im Minus. Nur so ein paar Plus-Positionen habe ich. Zum Beispiel Unilever ist hervorzuheben. Aber auch natürlich Gold. Plus 5 Prozent. Auch natürlich nicht ohne. Aber hier Elphabet auch nochmal richtig krass gewesen. Elphabet jetzt mit einer Dividende. 20 Cent, glaube ich, gibt es die Aktie. Auf 160 Euro. Das ist natürlich noch nicht so viel. Aber es wird eine Dividende gezahlt. Also hier fängt jetzt vielleicht eine lange Historie an. Ist jetzt auch mal ganz spannend, dass so die ganz großen Tech-Konzerne wie jetzt Meta, Alphabet und so jetzt mit Dividende anfangen. Cool. Also auf jeden Fall mal eine Änderung, die wieder ein bisschen was Neues reinbringt. Und Alphabet hat natürlich auch einfach gute Zahlen abgeliefert. Ich glaube 15 Prozent Umsatz plus auf dem Niveau. Das muss man sich mal erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Auch wieder über den Erwartungen. Also hier Alphabet auf jeden Fall sehr gut entwickelt. War mal ein Einzelkauf von mir damals 2020. Ist auch eine relativ kleine Position. Wir können uns die mal eben anschauen. Hier Alphabet 3000 Euro groß. Und was haben wir eben noch besprochen? Hier jetzt gerade Intel ist eine ganz kleine Position. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Intel also eine ganz kleine Position. Von daher sind die großen Dinger, die mein Depot ins Minus gezogen haben, auf jeden Fall Bitcoin. Hier machen sich 10, 15 Prozent Minus schon wesentlich mehr bemerkbar. Ethereum natürlich auch. Und natürlich einfach der Gesamtmarkt. Kurzer Hinweis an dieser Stelle. Ihr könnt euch noch 25 Euro Startbonus bei Finanzen. Zero sichern mit dem Code COINREFT25. Guckt mal unten in der Videobeschreibung und dem angepinnten Kommentar. Der Broker, bei dem ich auch selbst Kunde bin und zufrieden bin. Und da auch keine Ordergewinn mehr zahle, weil ich es auch geschickt mache. Sparpläne sind komplett ohne Ordergebühren. Und Einzelkäufe über 500 Euro sind auch ohne Ordergebühren. Also komplett Zero Gebühren. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Die Benefits blende ich euch nochmal eben ein. Und dann gehen wir jetzt mal hier in die Gesamtübersicht. So, gucken wir uns das Elem an. War ja eher so ein durchwachsener Monat auch für Big Tech. Ich glaube, Nasdaq 100 war, glaube ich, insgesamt 2,4 Prozent schon im Minus. Und Meta und so weiter noch viel mehr im Minus. Also hier auf Einzelaktienbasis. Minus 2,9 Prozent. Das sind minus 1.400 Euro ETFs. Minus 2,0 Prozent. Das sind 1.000 Euro. Und Kryptos, schaut mal hier, minus 12,8 Prozent. Ihr habt die Brille nicht auf, können noch minus 12,6 Prozent sein. Kann ich jetzt nicht sehen. Minus 4.950 Euro. Insgesamt also 7.400 Euro. Ich glaube, also Minus natürlich. Somit Depotbestand wieder bei 146,2. Dividendendepot ist nochmal was anderes. Das kommt noch oben drauf. Aber das Hauptdepot steht jetzt also in diesem Monat bei minus 4,8 Prozent. Aufs Jahr gesehen sind wir trotzdem noch bei 15,3 Prozent plus. Also für mich jetzt erstmal nichts Dramatisches. Ihr seht auch hier unten nochmal die Schiene. Auch hier Einzelaktien plus 9,8 Prozent. Auch noch sehr ordentlich, finde ich. EDF plus 8 Prozent. Und Kryptos immer noch plus 45,9 Prozent. Top. Also nach wie vor sehr gutes Jahr. Ich glaube, hier ist das jetzt auch eine schöne, interessante Zeit, sich vernünftig Aktien anzuschauen, die spannend sein könnten, weil jetzt doch einige Werte wieder ordentlich zurückgekommen sind. Deswegen gucken wir jetzt mal direkt in die Zahlungen. Denn da kam was Schönes rüber herum. Ihr seht es hier. Lila sind wir jetzt im Moment in dem Jahr. Ihr habt es also hier gesehen, hier war Dividendenrekord. Der alte ist ja im Mai gewesen. Ihr seht es hier. Also fangen wir mal oben an. Airbus hat eine satte Sonderdividende gezahlt. Und deswegen hier auch mal 40,83 Euro auf dem Konto gelandet. Wunderbar. Cisco ist gekommen. Coca-Cola ist gekommen. Münchner Rück hat erhöht, ich glaube von 11,60 Euro auf 15 Euro Dividende pro Stück. Wahnsinn. Sehr gute Dividendenerhöhung. Und PepsiCo 7,93 Euro. Insgesamt also 217,71 Euro. Und wenn wir das Ganze jetzt mal kommuniziert anschauen, dann sind wir jetzt natürlich schon, nachdem wir hier noch ein bisschen zurückgelegen haben, haben wir jetzt mal wieder... Ja, alle Vorjahreswerte, alle alten Werte überholt und sind jetzt bei 408,94 Euro bis jetzt im aktuellen Jahr. Und das ist eben nicht mein Dividendendepot, sondern mein Hauptdepot. Das will ich nochmal hier in aller Schärfe nochmal sagen. Ja, das ist jetzt quasi ein Abfallprodukt, hier die Dividende. Da gucke ich nochmal... Da gucke ich jetzt tatsächlich in dem Hauptdepot überhaupt nicht nach. Ich habe Dividendentitel drin im Hauptdepot. Ich habe aber auch eben Titel drin, die eben keine Dividenden zahlen, beziehungsweise bis jetzt nicht zum Beispiel wie Elphabets zum Beispiel. Von daher ist das jetzt hier eine andere Strategie. Also ordentlich Verwerfungen. Und ich habe ja letztens hier die Reaction gemacht auf Svens Video. Verlinke ich nochmal hier oben in der Videobeschreibung das Depot von Sven. Und da hat er ja die Region so schön gepflegt. Ich zeige euch das mal eben, so wie sieht es bei mir aktuell aus. Ich habe es eben... Ich habe es jetzt nicht unbedingt gepflegt. Beziehungsweise hier stellen wir mal eben um. So sieht es aktuell bei mir aus. Da muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Werde ich aber auf jeden Fall mal tun. Und auch die Branchen habe ich aktuell nicht gepflegt. Aus Faulheit hier. Das werde ich auch mal im nächsten Video nachholen. Und dann können wir uns das mal im nächsten Video anschauen, wie denn meine Branchen und meine Regionsaufteilung auch ist. Auch was die ETFs betrifft. Das ist ja auch mal ganz spannend zu sehen. Und da gucken wir nochmal eben zum Schluss in die Anlagenkategorien. Aktuell 23% Bitcoin. Wieder ein bisschen weniger geworden. 35,16% ETFs. 33,8%. Einzelaktien, also auch hier geht die Schere weiter auseinander. Ein bisschen Barvermögen habe ich noch von 6,7%. Und Gold, Edelmetalle 1,05%. Schreibt mir in die Kommentare, wie es bei euch gelaufen ist. Lasst mir gerne ein Abo da. Und wie gesagt, könnt ihr euch noch mit dem Code COINREF25 25 Euro Startguthaben sichern beim Zero Broker. Alle weiteren Infos findet ihr im angepinnten Kommentar. Beziehungsweise auch einfach in meinem Linktree. Dort gibt es auch alle meine Links. Und da könnt ihr euch gerne mal umschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage.